Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du eigentlich so ein Kennzeichen bei deinem Auto richtig auswechseln kannst, damit dieses dann auch wirklich wieder festsitzt. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Um unser Kennzeichen jetzt richtig austauschen zu können, müssen wir erst einmal den Halter hier außenrum entfernen. Das Ganze kann jetzt natürlich bei dir zu Hause etwas anders ausschauen, denn hier gibt es einfach verschiedene Systeme. Doch ich zeige dir mal, wie es bei mir jetzt der Fall ist. Bei mir habe ich jetzt hier oben zwei so kleine Haken, die einfach das Nummernschild hier oben drinnen halten. Und diese Haken muss ich jetzt erst einmal öffnen. Hierfür einen kleinen Schlitzschraubendreher nehmen, diesen von unten ansetzen und dann mit etwas Druck hier reingeben, bis es Klick macht und dann ist der auch schon geöffnet. Dasselbe hier jetzt auch noch. Die zwei Haken hier oben sind offen und jetzt muss ich das Ganze einmal von hier unten noch rausheben, da es wirklich nur noch lose jetzt eigentlich drinnen hängt. Hierfür wieder mit dem Schlitzschraubendreher am besten mal hier unten in die Ecke reingehen. Dann kann ich das Ganze schon einmal hier vorne leicht raushebeln und entweder jetzt noch mit den Händen das Ganze vor oder einfach mal hier unten mit deinem Schraubendreher noch leicht durchfahren. Und schon kannst du das ganze Kennzeichen so nach unten rausziehen. Wie gesagt, es gibt hier verschiedene Systeme und was auch noch relativ oft vorkommt, dass du einfach den Kennzeichenhalter hier unten einmal leicht öffnen musst. Hierfür dann auch mit dem Schraubendreher hier unten leicht reingehen und diesen Halter einmal über die ganze Länge leicht raushebeln und dann kannst du das Kennzeichen auch schon entfernen. Wenn das Ganze nun entfernt ist, dann nimmst du einmal ein neues Kennzeichen. Bei mir ist natürlich das alte, aber das ist ja vom Prinzip her wirklich egal. Bei mir wieder der Fall, dass ich jetzt erst einmal von unten das Ganze hier oben leicht quer reindrücken muss, dass es hier oben schon leicht einrastet. Und dann kann ich jetzt noch ganz unten auch schön reindrücken und somit ist es auch schon wieder leicht drinnen. Nun meine zwei Plastikkarten hier oben einmal noch richtig einrasten lassen. Das geht meistens mit den Fingern. Hierfür einfach mal an der Stelle mit den Finger drücken. Hat schon einen Klick gemacht und hier drüben auch noch. Und jetzt ist das Kennzeichen auch schon wieder bombenfest drinnen und somit haben wir unser Kennzeichen auch schon schön gewechselt. Wenn du dir jetzt zu Hause ein neues Kennzeichen für dein Auto oder auch so einen Schlitzschraubendreher zulegen möchtest, dann empfehle ich dir hierfür Amazon. Hier hast du eine sehr hohe Qualität von Markenherstellern zu einem relativ günstigen Preis. Und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst dich extra hierfür in dein Fachgeschäft fahren. Wenn du dir also ein neues Kennzeichen oder einen Schlitzschraubendreher zulegen möchtest, einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir dieses Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du noch hier oben meinen Kanal abonnieren und somit kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten in der Videobeschreibung auf den Link klicken, damit du meinen kostenlosen Energiesparrechner downloaden kannst, um zu Hause jährlich bis zu 500 Euro einzusparen.